Große Fleckerei, in der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Wo ist das Rezept geblieben von dem Plätzchen, sie verlieben? Wer hat das Rezept? Wer schlägt? Ich nicht, du vielleicht, ich auch nicht. Na, dann müssen wir es packen, einfach bei den Schnauzen backen. Ja, dann müssen wir es packen, einfach bei den Schnauzen backen.